Wir sind in der Kabine. Wir beachten, dass das Auto für uns in einer Zeit gestattet ist. Dies geht auch für die Tonische Zähne. Seien Sie vorsichtig bei der Bremsklächer, die das keine Gepäckstücke herauszahlen können. Wir geben in Kürze unseren Bordverkauf im Hans-Mischers-Leitz, die heiße und kalte Getränke von der Bahn. Während die Maschinen zum Angebot finden Sie in der Bord-Service-Vorschule. Wir haben die Bord-Service-Vorschule, die ich kann, die Bahn und die Bord-Service-Vorschule holen.